Wir schauen uns heute endlich die Irreführung nach § 5 UWG an und ich sage endlich, weil jetzt wird es interessant. Wir sind in unserem Schema immer noch bei der Unzulässigkeit und da werden wir jetzt auch noch ein paar Videos verbringen, aber wir sind jetzt beim zweiten Punkt, nämlich der Unzulässigkeit nach § 3 1 UWG in Verbindung mit § X UWG. Der Mechanismus ist der folgende. § 3 UWG sagt immer, unlautere Handlungen sind unzulässig. Okay, und die anderen Normen, z.B. der § 5 sagt, unlauter handelt, wer irre führt. Und deswegen ist der § 3 1 die Scharniernorm, der sagt dann, aha, diese unlautere Handlung nach, diese unlautere geschäftliche Handlung nach § 5 UWG, die ist auch unzulässig. Und deswegen müsst ihr dann in der Klausur immer § 3 1 in Verbindung mit § X UWG schreiben. Wenn in dieser zweiten Norm steht, unlauter handelt wer, z.B. beim § 7 müsst ihr das nicht machen, weil beim § 7 steht sofort drin, diese geschäftlichen Handlungen sind unzulässig und dann braucht man natürlich in diesem Fall beim § 7 nicht mehr den § 3 1, weil der § 7 sagt von sich aus, das, was hier drin steht, ist unzulässig. Okay, so der Mechanismus, etwas ähnlich wie im Kaufrecht 437 BGB. Okay, kommen wir jetzt zu dem Schema für dieses Video, nämlich wir schauen uns die Irreführung nach § 5 UWG an. Und hier packen wir dann in unser Schema das Modul § 3 1 UWG in Verbindung mit § 5 UWG. In dem § 5 UWG kann man die Voraussetzungen ablesen, hier im Absatz 2 steht die Angabe und dann brauchen wir eine Irreführung und ja, das kann man ein bisschen rauslesen. Ich würde euch empfehlen, lernt einfach diese drei Punkte, Angabe, Irreführung und Relevanz und bei der Irreführung gibt es noch diese drei sehr logischen Unterschritte, werden wir uns gleich anschauen. Also lernt das auswendig. Fangen wir an mit einem ganz einfachen Beispiel, was wir uns auch schon bei der Aktivlegitimation angeschaut haben. H ist Hersteller von Wattestäbchen für die Ohren. Auf der Verpackung steht 100 Wattestäbchen, tatsächlich befinden sich in den Verpackungen immer nur 97 Wattestäbchen. Kann der Deutsche Verbraucherschutzverein Unterlassung verlangen? Okay, wir haben hier eine geschäftliche Handlung und jetzt kommen wir zu der Irreführung, weil es kommt keine Nummer der schwarzen Liste in Betracht. So, jetzt sind wir bei der Irreführung. Hier müssen wir zunächst einmal schauen, liegt eine Angabe vor? Das ist der erste Prüfungsschritt. Eine Angabe ist eine Tatsache. Die Angabe ist beweisbar und es ist definitiv beweisbar, ob 100 drin sind oder nicht 100 drin sind. Also 100 kann man beweisen. Ein Gegenbeispiel dazu, wenn ein Restaurant damit wirbt, wir haben die leckerste Pizza. Ja, leckerste Pizza, das kann man nicht beweisen. Geschmäcker sind unterschiedlich. Manche mögen ein bisschen mehr Käse, manche wollen ja vielleicht so ein bisschen schwarz sogar diesen Teig haben, also verbrannt. Den Boden meine ich jetzt. Genau, also da gibt es unterschiedliche Geschmäcker. Manche finden das Restaurant besser, manche finden diese Pizza besser, manche finden die andere Pizza besser. Das heißt, dieses Lecker ist nicht beweisbar und das wäre dann keine Angabe. Hier aber 100 ist definitiv eine Tatsache, ist beweisbar und somit können wir diesen Punkt bejahen. Jetzt kommen wir dann zu der Irreführung und hier kommen die drei wichtigen Schritte. Zunächst einmal, ja, leitet ihr den Prüfmaßstab in der Klausur ein und eine Irreführung liegt dann vor, wenn das Verständnis des angesprochenen Verkehrskreises von der Realität abweicht. Okay, hier haben wir auch schon die drei Prüfungspunkte, nämlich wir müssen den Verkehrskreis bestimmen, dann müssen wir das Verständnis dieses Verkehrskreises bestimmen und dann müssen wir dieses Verständnis mit der Realität abgleichen. Okay, zunächst einmal der Verkehrskreis. Hier solltet ihr immer den 3 Absatz 4 UWG im Hinterkopf behalten. Da steht, ja, soll ich das, ja komm, ich lese es vor, bei der Beurteilung von geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern ist auf den durchschnittlichen Verbraucher oder wenn sich die geschäftliche Handlung an eine bestimmte Gruppe von Verbrauchern wendet, auf ein durchschnittliches Mitglied dieser Gruppe abzustellen. Okay, weiter will ich jetzt nicht lesen. Ihr seht also, dieser Paragraph 3 Absatz 4 sagt, wir müssen auf den Verkehrskreis schauen und dann schauen wir auf ein durchschnittliches Mitglied dieser Gruppe. Wenn wir beispielsweise, okay, jetzt haben wir Wattestäbchen. Wattestäbchen kaufen wahrscheinlich, oder kaufen sämtliche Verbraucher, dementsprechend ist hier der Verkehrskreis nicht so wichtig, weil jeder kauft mal Wattestäbchen für, keine Ahnung, man benutzt die ja nicht nur für die Ohren, sondern, keine Ahnung, auch für andere Sachen. Deswegen, sämtliche Verbraucher sind hier der Verkehrskreis. Also hier nicht so wichtig in diesem Fall. Aber beispielsweise, wenn wir irgendwas für die Uni haben, dann ist der Verkehrskreis hier die Studenten. Wenn wir Skier haben, dann ist der Verkehrskreis ja Urlaub machende Skifahrer. Nicht jeder holt sich Skier. Manche mieten die ja auch nur. Also da ist der Verkehrskreis etwas näher in der Klausur zu bestimmen. Dann schauen wir uns das Verständnis dieses Verkehrskreises an. Und das ist ganz offensichtlich. Wenn irgendwo drauf 100 steht, dann versteht der Verkehrskreis 100 als 100. Wenn 100 Gramm draufsteht, dann gehe ich davon aus, oder dann geht der Verkehrskreis davon aus, dass auch 100 Gramm drin sind. Okay. Drittens, die Realität. Die Realität weicht hier ab. Nämlich sind in der Realität nur 97 Wattestäbchen drin. Somit weicht das Verständnis von der Realität ab. Und somit liegt eine Irreführung vor. Dann kommen wir zur Relevanz. Und im Paragraf 5 UWG steht am Ende im Absatz 1 so drin, die der Verbraucher andernfalls nicht getroffen hätte. Also die Irreführung führt zu einer geschäftlichen Entscheidung, die ich sonst nicht getroffen hätte als Verbraucher. Und das ist die Relevanz. Die schauen wir uns gleich auch nochmal ein bisschen genauer an. Die Relevanz wird aber immer indiziert, wenn eine Irreführung vorliegt. Somit können wir das hier auch einfach bejahen. Aktiv-Legitimation haben wir uns im vorherigen Video angeschaut. Und damit kommen wir noch zu den sonstigen Voraussetzungen. Hier ist es ja ein Unterlassungsanspruch. Und nach Paragraf 8 Absatz 1 brauchen wir dann hier die Wiederholungsgefahr. Die Wiederholungsgefahr wird indiziert, wenn eine Rechtsverletzung vorliegt. Hier haben wir ja die Irreführung. Und somit haben wir eine Rechtsverletzung. Und wenn eine Rechtsverletzung vorliegt, wird die Wiederholungsgefahr indiziert. Und sie kann nur durch eine strafbewährte Unterlassungserklärung widerlegt werden. Das haben wir hier nicht. Und somit bejahen wir diesen Punkt. Und somit kommen wir dann zur nächsten Folie. Beziehungsweise zu dem Ergebnis, dass der Verbraucherschutzverein Unterlassung verlangen kann. Sehr gut. Das war jetzt nur ein ganz einfaches Beispiel zur Einführung. Wir schauen uns jetzt jede Voraussetzung noch mal etwas genauer an. Zunächst war ja der erste Punkt bei der Prüfung die Angabe. Angabe, Irreführung, Relevanz. So, erster Punkt, die Angabe. Wir haben gesehen, die Angabe ist beweisbar. Das ist eine Tatsache. Und jetzt habe ich einfach mal ein paar Bilder aus meiner Wohnung oder von Waren und aus meiner Wohnung genommen. Und hier zum Beispiel Coca-Cola, null Zucker. Wenn hier jetzt ein Gramm Zucker drin wäre, ja dann wäre das eine Irreführung. Okay, Freilandhaltung. Die Hühner müssen nicht in so Kästen gehalten werden. Masten, wie heißt das? Ja, ihr wisst, was ich meine. So, hier dann im Lehrbuch, Gesetzesbuch steht drin, die vorliegende Neuauflage enthält die relevanten Vorschriften mit Stand vom April 2022. Wenn jetzt eine Verordnung oder so was oder halt eine Rechtsvorschrift, die für dieses Buch relevant ist, im Februar 2022 verabschiedet worden ist und auch in Kraft getreten ist, ja dann könnte man hier schon definitiv über eine Irreführung sprechen. Okay, dann die Frage, ist gut und günstig eine Angabe? Nein, gut und günstig ist keine Angabe. Günstig ist immer relativ. Für den Milliardär ist eine kleine Wohnung in München gut und günstig und für den Millionär ist eine kleine Wohnung in München kaum bezahlbar. Also, die ist da nicht gut und günstig und das gleiche natürlich jetzt hier mit den Cashew-Kern. Okay, aber naturbelassen ist natürlich wieder eine Angabe. Also, ihr seht hier, es gibt mehrere Angaben auf einer Ware. Also, wenn wir dieses naturbelassen uns anschauen, das wäre definitiv eine Angabe und wenn die chemisch behandelt worden sind, dann wäre hier eine Irreführung, die Vorläge. Dann hier die Sonnencreme, Lichtschutzfaktor 50. Lichtschutzfaktor 50 ist beweisbar. Da schaut man im Labor halt nach, ja, ist der Lichtschutzfaktor 50? Also, Lichtschutzfaktor kann ich ja mal kurz erklären. Das ist ja eigentlich ganz interessant. Lichtschutzfaktor ist ja eure Hautschutzzeit. Also, sagen wir mal, ich habe ziemlich helle Haut. Deswegen sagen wir, meine ist bei, nehmen wir einfach mal 10 Minuten. Dann würde dieser Lichtschutzfaktor 50, wenn man das so richtig fett aufträgt, würde diese Grundzeit von 10 Minuten mit 50 multiplizieren. Und deswegen Lichtschutzfaktor 150, sodass ich dann 500 Minuten von der Sonne geschützt bin. Dann aber hier die zweite Angabe. Und hier seht ihr auch wieder, es gibt zwei Angaben oder mehrere Angaben auf jeder Verpackung. Anti-Glanz-Effekt, ist das eine Angabe? Und hier solltet ihr das nicht einfach so verwerfen, wie gerade gut und günstig. Weil Anti-Glanz-Effekt, das kann man auslegen, als dass die Haut matt ist. Also, jedenfalls nicht glänzt. Und das Glänzen, das kann man wohl nachweisen, würde ich sagen. Also, beim Anti-Glanz-Effekt kann man sich definitiv drüber streiten. Aber zu so einem Fall kommen wir auch gleich nochmal. Und natürlich beim Mineralwasser aus der berühmten Quelle staatlich fachigen. Das ist natürlich beweisbar, woher das Wasser kommt. Okay, jetzt möchte ich bei diesem Anti-Glanz-Effekt ansetzen. Mit diesem Fall. A. Verkauf Kosmetika. Auf der Verpackung einer Hautcreme steht mit Verjüngungseffekt. Der Verbraucherverband B findet das Quatsch. Eine Creme wird niemals jemanden jünger machen. Liegt eine Irreführung nach § 5 UWG vor? Okay, wir haben eine geschäftliche Handlung. Die Frage ist, ist das unzulässig? Ist hier eine Angabe gegeben? Und hier würde ich sagen, wir müssen diese Angabe Verjüngungseffekt auslegen. Weil natürlich wird eine Hautcreme nie einen 15-Jährigen zu einem 14-Jährigen machen. Oder einen 40-Jährigen zu einem 39-Jährigen. Sondern die Angabe ist doch hier vielmehr, dass ein hautstrafender Effekt erzielt wird. Dementsprechend würde ich die Angabe so auslegen, dass ein hautstrafender Effekt erzielt wird. Und dieser hautstrafende Effekt ist natürlich nachweisbar. Also man kann das nachvollziehen. Das ist jetzt nicht so wie gut und günstig. Gut, dann liegt eine Irreführung vor. Der Verkehrskreis. Jeder kauft sich mal eine Creme. Dann, wie ist das Verständnis? Und das Verständnis des Verkehrskreises ist es doch hier wohl, natürlich wird mich eine Creme nicht jünger machen. Sondern der Verkehrskreis versteht das als hautstrafender Effekt, der hier erzielt werden soll. Und die Realität, nehmen wir mal an, dass dieser hautstrafende Effekt auch erzielt wird. Und das ist auch dermatologisch bewiesen worden. Also die Realität stimmt mit dem Verständnis überein. Und somit liegt keine Irreführung hier vor. Das Takeaway hier ist, diese Angaben, Verjüngungseffekt, da könnt ihr auch auslegen. Also so bei so ganz, ja, bei so Sachen wie Verjüngungseffekt oder wir hatten auch mal einen Fall mit EDEKA hilft dem Klima oder sowas. Irgendwie, ja, irgendwie sowas in der Art. Und dieses hilft dem Klima ist natürlich dann so eine Angabe oder als eine Angabe zu verstehen, dass EDEKA irgendwelche Maßnahmen unternimmt, um die den Klimaschutz fördern. Und das ist natürlich dann eine Angabe, nämlich EDEKA hat, keine Ahnung, 20 Millionen Euro für den Schutz des Regenwaldes ausgegeben. Beispielsweise. Okay. Kommen wir zu einem weiteren Beispiel vom BGH. Die Beklagte vertreibt unter der Bezeichnung Felix Himbeer, oder fehlten eher, Vanilleabenteuer, also Felix Himbeer Vanilleabenteuer, einen Früchtetee, auf dessen Verpackung sich Abbildungen von Himbeeren und Vanilleblüten sowie die Hinweise nur natürliche Zutaten und Früchtetee mit natürlichem Aroma oder Aromen befinden. Tatsächlich enthält dieser Tee keine Bestandteile oder Aromen von Vanille oder Himbeeren. Okay, ist das hier eine Irreführung? Und der BGH oder der BGH hat das dem EuGH vorgelegt und am Ende ist das, glaube ich, nochmal zum BGH gegangen. Jedenfalls das Ergebnis ist, hier liegt eine Irreführung vor. Ich würde in der Klausur hier auf Himbeer, Vanille abstellen, auf diese Angabe und dann würde ich bei dem Verständnis, bei diesem zweiten Prüfungspunkt, würde ich dann sagen, Verständnis des Verkehrskreises ist zu bestimmen, wie versteht der Verkehrskreis es, wenn hier Himbeer, Vanille, Vanilleabenteuer draufsteht. Und bei diesem Verständnis würde ich dann natürlich noch die Begleitumstände mit einbeziehen. Das ist wichtig im UWG. Ihr dürft hier mit einbeziehen. Ja, hier steht nur natürliche Zutaten drauf. Mit natürlichem Aromen steht hier drauf. Hier sind die Himbeeren und die Vanilleblüten. Also, das würde ich bei dem Verständnis thematisieren und dann bei der Realität, nö, hier ist gar nichts mit Himbeer oder Vanille hier drin. Dementsprechend weicht das Verständnis von der Realität ab und somit liegt hier eine Irreführung vor. Okay, weitere Beispiele aus der Rechtsprechung. Die Verwendung des Begriffs Fachanwälte als Zusatz zu der Kurzbezeichnung einer überörtlichen Anwaltssozietät auf einem Preisschild oder dem Briefkopf versteht der Durchschnittsleser in der Weise, dass mehrere Mitglieder Fachanwälte sind. Also hier Fachanwälte, da müssen auch tatsächlich dann zwei oder drei Fachanwälte in dieser Kanzlei da sein. Ein einziger Fachanwalt reicht nicht aus. Die Bezeichnung Biomineralwasser versteht der Durchschnittsleser nicht in der Weise, dass es sich um eine staatlich verdienende oder überprüfte Zertifizierung handelt. Okay, kommen wir jetzt zu dem komplizierten Beispiel. Also ich denke, der Aufbau ist klar geworden. Ihr müsst Angabe, dann Irreführung. Bei der Irreführung müsst ihr den maßgeblichen Verkehrskreis bestimmen und da müsst ihr dann auf das Verständnis dieses Verkehrskreises abstellen und bei dem Verständnis müsst ihr wirklich alle Umstände berücksichtigen und müsst das dann mit der Realität abgleichen. Ah ja, und zum Schluss natürlich die Relevanz. Gut. Hier könnte ich auch nochmal ganz kurz erwähnen, dass die Nummern im § 5 Absatz 2 UWG, das sind einfach nur beispielhafte Aufzählungen. Der § 5 Absatz 2 enthält nur beispielhafte Punkte, auf die man schauen muss. Also die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung, der Anlass des Verkaufs, die Person, die Eigenschaften, die Identität des Unternehmers und so weiter und so weiter. Könnt ihr euch ja mal durchlesen. Damit kommen wir jetzt zu einem wirklich komplizierten Beispiel. Und hier, also das ist auch wirklich klausurrelevant. D.M. verkauft Duschgel. Dieses wird als klimaneutrales Produkt beworben. Auf der Rückseite des Duschgels steht, dass die CO2-Emissionen durch Unterstützung eines Klimaschutzprojektes kompensiert werden. Daneben wird auf die URL www.dm.de verwiesen. Dort kann man zu dem Menüpunkt Nachhaltigkeit navigieren und dort zu einer Unterseite mit weiteren Informationen zu den Klimaschutzmaßnahmen. Okay, so der Fall. Und jetzt stellt sich die Frage, Liegt hier eine Irreführung vor, klimaneutrales Produkt? Ist das eine Irreführung, wenn man schreibt, klimaneutrales Produkt, aber dabei kompensiert man das mit Klimaschutzprojekten? Hier seht ihr auch nochmal dieses Produkt, was in Frage steht, nämlich diese Creme-Dusche. Und ihr könnt euch schon denken, wir haben hier natürlich eine Angabe, klimaneutral. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Ihr könnt euch aber schon denken, dass der Verkehrskreis hier auch wieder sämtliche Verbraucher sind, weil jeder kauft mal ein Duschgel. Okay, jetzt ist die Frage und das Problem. Wie versteht dieser Verkehrskreis die Angabe klimaneutral? Und das Verständnis ist hier wohl, dass Verbraucher, wenn Verbraucher klimaneutral lesen, dass die auch mit Kompensationsprojekten rechnen. Also die verstehen das so, als wird diese klimaschädliche Produktion des Duschgels, ein Duschgel, das wird natürlich irgendwie Klima schädigen in irgendeiner Weise, weil Transport, Plastik, irgendwie wird das dem Klima schädigen. Aber die Verbraucher verstehen das so, als wenn diese klimaschädlichen Auswirkungen des Duschgels dann nachträglich kompensiert werden. Und dafür spricht ja auch hier dieser Hinweis auf dem Duschgel, dass ein Klimaschutzprojekt unterstützt wird. Das steht auf der Rückseite. Genau, die Realität stimmt mit diesem Verständnis überein. Also DM unternimmt tatsächlich Maßnahmen für den Klimaschutz. Das ist tatsächlich so. Also die Realität stimmt hier überein. Und somit liegt keine Irreführung vor. Eine Frage, zu der wir dann im nächsten Video kommen werden, ist der Paragraf 5a UWG. Unlauter handelt, wer einen Verbraucher oder einen sonstigen Marktteilnehmer irreführt, indem er ihm wesentliche Informationen vorenthält. Und hier kommt dieser 5a in Betracht, weil es fehlen nähere Angaben auf der Verpackung, wie diese Klimaneutralität erzielt wird. Wie wird das kompensiert? Werden Wälder oder Bäume gepflanzt? Werden Wälder erhalten? Also wird der Regenwald irgendwie geschützt? Oder wie passiert das? Und wie wird das berechnet? Also hier fehlen doch möglicherweise nähere Angaben auf der Verpackung. Hier werden wesentliche Informationen womöglich vorenthalten. Und das könnte dann auch unlauter sein. Das schauen wir uns dann aber im nächsten Video an. Okay, damit komme ich jetzt zu einer ziemlich unwichtigen Folie. Es gibt ganz, ganz wenige Fälle in der Klausur, wo beim Paragraf 5 UWG eine Interessenabwägung vorzunehmen ist. Hier ein wirklich cooler Fall, wie ich finde. Nämlich in Heidelberg. Ja, Heidelberg. Genau, da hat irgendjemand mal, also nehmen wir mal den D oder den X. Ich glaube, ich habe hier X gemacht. Ja, genau. Der X hat dieses Hardrock-Café Heidelberg, hat dieses als Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Und diese Marke wurde auch in das Markenregister eingetragen. Also X hat jetzt diese Marke Hardrock-Café Heidelberg. Okay. Jetzt kommt das echte Hardrock-Café-Unternehmen. Also, kommen die aus Großbritannien? Ja, irgendwoher kommen die oder USA? Ich habe keine Ahnung. Und dieses echte Hardrock-Café, also damit meine ich jetzt wirklich das Unternehmen mit tausenden Geschäften, die Hardrock-Café heißen. Und der X ist einfach nur ein Einzelunternehmer, der diese Marke eingetragen lassen hat. Und jetzt kommt das echte Unternehmen und sagt, hey, hier liegt doch eine Irreführung vor. Ihr suggeriert, dass ihr das Hardrock-Café seid. Dabei sind wir das Hardrock-Café. Wir mit unseren tausenden Geschäften weltweit. Deswegen führt ihr hier Irre. Hier stehen sich die Wertungen vom UWG und dem Markenrecht gegenüber. Weil das Markenrecht sagt immer, die ältere Marke gewinnt. Wenn ich heute Coca-Cola anmelde für Getränke, dann wird Coca-Cola gegen mich gewinnen, weil deren Marke ist schon seit, keine Ahnung, 1800 oder 1920 eingetragen worden. Also, die haben die ältere Marke und gewinnen daher. Okay, so das Markenrecht. Das heißt, nach dem Markenrecht würde hier der X gewinnen, weil der X hat ja eine ältere Marke in Deutschland, Territorialitätsprinzip. Er hat diese Marke in Deutschland. Und deswegen, wenn jetzt das Hardrock-Café, das echte Hardrock-Café, eine Marke anmelden würde, mit Hardrock-Café Heidelberg, dann würde der X gewinnen. Dann kommt das UWG und sagt, ja, hier liegt eine Irreführung vor. Weil die angesprochenen Verkehrskreise, die denken, beim Hardrock-Café Heidelberg handelt es sich tatsächlich um das Hardrock-Café-Unternehmen und nicht nur um irgendein anderes Unternehmen von einem Einzelunternehmer. Sondern die denken, es handelt sich um diese Restaurantkette. Dementsprechend liegt eine Irreführung vor. Und diesen Streit, den muss man irgendwie lösen. Und deswegen machen wir in diesen Ausnahmefällen, also wirklich Ausnahmefällen, eine Interessenabwägung. Und hier hat der BGH gesagt, dass der X auf seiner Internetseite schreiben muss, dass er nicht zur Hardrock-Group gehört, sondern ein Einzelunternehmer ist, der diese Marke halt eingemeldet und eingetragen lassen hat. Hier nochmal ein Zitat vom Professor Ohli. Klausurtipp, sehr, sehr selten relevant. Nur ansprechen bei Anhaltspunkten im Sachverhalt. Also wirklich diese Interessenabwägung könnt ihr eigentlich vergessen. Okay. Perfekt. Damit haben wir schon alles gemacht. Angabe Irreführung haben wir gemacht. Jetzt kommen wir zur Relevanz. Und die Relevanz folgt hieraus, das habe ich schon ganz zu Anfang gesagt, unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen. Und jetzt kommt's, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Und dieses, ja, dieser letzte Halbsatz, der, das ist die Relevanz. Und diesen Halbsatz gibt es übrigens auch noch bei anderen Tatbeständen, auch zum Beispiel beim Paragraf 5a UWG, den wir uns im nächsten Video anschauen werden. Also da, beim 5a UWG, wird es auch den Prüfungspunkt der Relevanz geben. Genau. Erster Punkt und wichtigster Punkt, die Relevanz wird durch die Irreführung indiziert. Und das ist auch logisch. Wenn wir eine 200-Gramm-Creme haben, also da steht drauf 200 Gramm Sonnencreme und jetzt sind tatsächlich nur 180 Gramm drin, dann ist das eine Irreführung. Und natürlich indiziert dann diese Irreführung, dass sich eine Entscheidung, dass sich eine geschäftliche Entscheidung ähm, treffe, die ich andernfalls nicht getroffen hätte. Nämlich, ich denke, 200 Gramm sind drin und kaufe dann eben diese Sonnencreme für 200, äh, für 10 Euro. Und denke, da sind 200 Gramm drin. Wenn ich aber gewusst hätte, dass da nur 180 Gramm drin sind, ja, dann hätte ich mir womöglich die Sonnencreme von dem Konkurrenten X geholt. Und deswegen indiziert eine Irreführung natürlich die Relevanz. Kommen wir zu einem kleinen Gegenbeispiel und das ist auch komplett absurd. Im Supermarkt wird, also ihr, ihr seid im Supermarkt und seht dann ganz viele Sachen. Und dann kommt ihr zu der Weinabteilung. Und an der Weinabteilung steht jetzt dran, dieser Wein, 750 Milliliter, kostet 10 Euro. Okay. Und ihr seht, aha, 10 Euro kostet dieser Wein und nehmt den Wein und packt den in euren Einkaufswagen. So, dann geht ihr zur Kasse und jetzt geht ihr zur Kasse und das wird gescannt und dann kommt raus, ja, es gibt ein Sonderangebot und der Wein ist nur, äh, kostet nur 7 Euro. So, in diesem Fall ist natürlich eine Relevanz nicht gegeben, weil, na, wenn ich den Wein schon für 10 Euro gekauft hätte, ja, dann hätte ich ihn, oder dann kaufe ich ihn natürlich auch für 7 Euro. Und in diesem Fall, in diesem wirklich absurden Fall ist dann die, ähm, die Relevanz nicht gegeben, weil ich diese geschäftliche Entscheidung, den Wein zu kaufen, auch, auch getroffen hätte, wenn der Wein nur 7 Euro gekostet hätte, dann hätte ich die Entscheidung sogar erst recht getroffen und daher fehlt hier dann die Relevanz. Okay. Zweites Beispiel, wo die Relevanz fehlt, das ist hier so ein Fall. Nehmen wir an, das hier ist ein Werbeprospekt für Küchen und, keine Ahnung, sagen wir Ikea und Ikea macht hier so, äh, ja, macht halt dieses Werbeprospekt. und sagt, welch schöne Küchen haben wir. Und jetzt wurde geklagt, hier auf diesem Backofen, auf dem Backofen fehlt ein Energieeffizienz-Sticker. Das ist natürlich auch schon wieder so, äh, absurd, dieser Fall. Wenn ich Küchen kaufe, wenn ich für, ja, wenn ich, wenn ich ein Werbeprospekt für eine Küche habe, dann schaue ich doch nicht hier, ob da ein Energieeffizienz-Sticker ist und ob der fehlt oder nicht da ist. Und, ja, dieser Fall ist natürlich jetzt bei Paragraph 5a relevant, also, hier fehlt eine unionsrechtlich vorgeschriebene Information, die fehlt hier, aber, das Vorenthalten dieser Information, das Vorenthalten dieser wesentlichen Information ist nicht von Relevanz für meine geschäftliche Entscheidung, eine Küche zu kaufen. Also, hier der fehlende Energieeffizienz-Sticker ist eine, ist das Vorenthalten einer wesentlichen Information, allerdings ist das Fehlen dieser Information nicht dazu geeignet, mich zu einer geschäftlichen Entscheidung zu bewegen, die ich andernfalls nicht getroffen hätte. Perfekt, das war's dann von dem heutigen Video, hier seht ihr die Kontrollfragen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal beim Paragraf 5a UWG und genau, ihr könnt den Kanal natürlich gerne abonnieren, ein Like da lassen, das hilft mir und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, bis dann.